Ich habe auf einmal eine Gründe angelegen, ne? Was wir da machen? Ja, dann lassen wir das. Dann arbeiten sofort bei den Städten. Okay. Baulager, so wie gesagt, geht in die Kantele. Die Kantele, wartet dann. Da war es nicht deshalb. Aber er hat vorher Komadeurswinsel. Der neue Komadeur, die es vorbei kam, hat sich das Sittbändchen in den Baum. Könnte ich noch mal kurz sagen. Ja, ja, ja. Hier hat er nichts zu suchen, wenn er es in der Ausdruck nicht erlaubt. So. Vier Stunden später. Wir sind vier Stunden in der Kapitel. Ich traute so nebenbei. Der Fahrendsleiter hat sich jetzt furchterlich beschwert, weil der Zug so lange unterwegs war. Die Gründer waren ganz einfach. Aufgrund des Regens konnten wir nicht so schnell den Berg hochfahren. Das hat er akzeptiert. Können wir weiterfahren. Auch dazu kommen wir zu mir. Jetzt ist wieder der wichtigste Streckenabschnitt vor uns. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt vor dem Personenzug nach 2.09 Uhr Ankunft etwa 18.35 Uhr treffen. Das ist eine Geschichte über die letzte Station. Das ist eine Geschichte über die letzte Station. Das hat der 2.09 Uhr an der Bahn 6.35 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017